Der Karlsruhe SC präsentiert WildparkTV. Powered by BadenTV. Das war gut zu Japanisch sprechen. Und die japanischen Kinder waren sehr gut. Viele Kinder können nicht gut Japanisch sprechen. Aber du schon richtig gut Deutsch. Wie oft lernst du in der Woche? Wie oft hast du Unterricht? Nur einmal in der Woche, aber mein Deutsch ist nicht gut. Also die Leute, also nicht nur Kinder, auch Eltern und Lehrerinnen, alle freuen sich über seinen Besuch. War sehr freundlich von ihm. Der Karlsruhe SC präsentiert WildparkTV. Powered by BadenTV. Hat mal. Wie oft? Das ist die Kniege. Wie oft? Wie oft? Von Indistinem?